Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin seit drei Jahren selbstständig und meine Arbeit bereitet mir große Freude und befriedigt auch meine Seelensucht nach dem, was ich mache, um auch natürlich den anderen Freude damit zu machen, da ich Personen auch ankleide und auch auf Maßanfertigung Sache zuschneide oder kreiere. Und die Zusammenmischung ist das, was mich erfreut und erfüllt. Untertitelung des ZDF, 2020